mit allen sieben sinnen richtig gehört mit sieben sinnen also nicht nur das fühlen und riechen und schmecken sondern durchaus auch der gleichgewicht sind kommen in diesem buch wirklich zum tragen es wird erzählt wie ihr schon lesen könnt warum katzen zum beispiel im dunkeln sehen können und ob menschen wirklich gefühle riechen das ist eine super spannende perspektive und super toll illustriert ich fand das richtig richtig spannend superschön erzählt schaut es euch einfach mal an erscheinen wird es jetzt erst also ihr habt noch ein bisschen zeit und dann greift zu